Sein Handy Er ist neidisch auf sein Klempner-Dekolleté Sie kommt nicht gegen an, denn er hat Doppel-D Der Klempner Klaus, der sieht verdammt gut aus Ist Dauergast bei Laila, dort geht er ein und aus Der Klempner Klaus, gibt jeder gern die Faust Kein Geld für Alimente, er zieht ihn vorher raus Der Klempner Klaus, der sieht verdammt gut aus Ist Dauergast bei Laila, dort geht er ein und aus Der Klempner Klaus, gibt jeder gern die Faust Kein Geld für Alimente, er zieht ihn vorher raus Schraubt an den Müttern, alles ist dicht Bis zum Hals im Silikon, er hält, was er verspricht Terminkalender voll, ja der Klaus ist gefragt Und wenn es plötzlich tropft, dann kommt er auch nachts Der Klempner Klaus, der sieht verdammt gut aus Ist Dauergast bei Laila, dort geht er ein und aus Der Klempner Klaus, gibt jeder gern die Faust Kein Geld für Alimente, er zieht ihn vorher raus Der Klempner Klaus, der sieht verdammt gut aus Ist Dauergast bei Laila, dort geht er ein und aus Der Klempner Klaus, gibt jeder gern die Faust Kein Geld für Alimente, er zieht ihn vorher raus Da 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 Vielen Dank.